Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ab 5 Grad soll man die Frischluftzufuhr in Richtung Vergaser verdrehen, damit wärme Luft angezogen wird und somit unser Betriebssystem besser arbeitet. Also der Motor schneller warm wird und natürlich demzufolge im Winter auch schneller warm wird. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass der Spritverbrauch nicht so hoch wird. Ihr kennt es ja, im Winter muss man dann hier mit einer oder anderen machen. So und in dem Fall machen wir jetzt Winterbetrieb. Es ist schon ganz schön kalt. So fertig und jetzt kann der Winter weiter kommen. Bis zum nächsten Mal.